So, ich habe euch hier mal so eine explizite Beschreibung einer Zahlenfolge hingeschrieben, die haben wir mal in irgendeinem anderen Video erarbeitet, ganz egal, also das beschreibt irgendeine Zahlenfolge, und zwar mit einer Fallunterscheidung. Wenn n ungerade ist, dann muss ich diese hier, diese Formel anwenden, und wenn n gerade ist, dann muss ich diese Formel anwenden. So, und je nachdem, klar, wenn ich jetzt a5 berechnen will, wenn ich a5 berechnen will, dann ist n ungerade, nehme ich die Formel, wenn ich a100 berechnen will, nehme ich die Formel. Öfter mal kommt der Wunsch auf, eine solche Formel, eine solche Fallunterscheidung aufzulösen, indem man es in eine einzige Formel schreibt. So, entweder es gelingt einem, diese beiden Formeln so zu integrieren und eine daraus zu machen, dass sie für alle n funktioniert, egal ob gerade oder ungerade, das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, total schematisch vorzugehen, und zwar einen Term zu entwickeln, bei dem ich diesen Term und diesen Term addiere, und zwar derart, dass, wenn n ungerade ist, nur dieser Term stehen bleibt und der wegfällt, und wenn n gerade ist, dieser wegfällt und der hier stehen bleibt. Dazu muss ich die Terme jeweils geschickt multiplizieren noch mit einem Term, derart, hat das genau das passiert. So, und das machen wir jetzt mal gemeinsam, und zwar schreibe ich das Ganze jetzt nochmal ab und hintereinander. a n ist gleich, ich lasse hier mal ein bisschen Platz für die Multiplikation mit dem geheimen Ein-Ausschalt-Term. Ja, so, den schreibe ich mal ab, 2 hoch n plus 1 halbe minus 1 mal 10 und hier hinten steht 2 hoch n halbe mal 10 minus 5. So, ich habe diese beiden Terme, klammere ich mal ein, so, und die möchte ich jetzt mit einem geheimen Ein-Ausschalt-Term multiplizieren und dann addieren, ja, also hier hinten multiplizieren, da addieren, derart, dass, wenn n ungerade ist, das hier 1 ergibt und das da 0, und wenn n gerade ist, muss das da 0 ergeben und das da 1. Nehmen wir mal das letzte Beispiel, wenn n gerade ist und dieser Term 0 ergibt, dann fällt der gesamte Teil hier weg und wenn der hier 1 ergibt, dann bleibt nur noch das da stehen. Es bleibt also nur das da stehen, weil 0 mal das plus 1 mal das genau das ist. Dann kommt das da raus. So, wenn n ungerade ist und es umgedreht ist und hier da 1 steht, dann multipliziere ich 1 mal das plus 0 mal das und dann bleibt das oben stehen. Aber wie könnte jetzt so ein Term aussehen, sodass dieser Term hier und dieser Term entsprechend 0 oder 1 ist und dieser Term entsprechend 0 oder 1 ist, nachdem, wie ich es gerne hätte. Okay. Dabei hilft einem eigentlich immer, wenn man sozusagen von gerade und ungerade immer wechseln will, hilft einem oft die minus 1 hoch n Geschichte. Also ich schreibe hier mal minus 1 rein, minus 1 hoch irgendwas. Und zwar, wenn n gerade ist, dann ist minus 1 hoch n ja 1 und wenn n ungerade ist, ist minus 1 hoch n gleich minus 1. Ich könnte mir folgendes vorstellen. Irgendwann muss das hier 0 werden. Das heißt, wenn ich diesen Term zu 1 dazu zähle, hier steht jetzt 1, 1 plus minus 1, dann wird das da ja 0, wenn n ungerade ist. Wenn n ungerade ist, wird 1 plus minus 1 0, weil dann ist nämlich minus 1 hoch n gleich minus 1 und 1 plus minus 1 hoch n gleich 0. Wenn ich jetzt hier n plus 1 draus mache, dann passiert das Folgende. Wenn n ungerade ist, dann wird das hier gerade, dann steht hier 1 und 1 plus 1 gleich 2. Also wenn n ungerade ist, ergibt das hier 2. Wenn n gerade ist, dann ist n plus 1 ungerade, dann ist das hier minus 1 und ergibt das 0. Also bei n gerade ergibt das 0. Und wir hatten ja gesagt, das ist ja der Term für n ungerade. Wenn n gerade ist, soll das ja 0 ergeben. Das haben wir jetzt erreicht. Das ergibt 0, wenn n gerade ist und damit fällt das Ganze hier weg. Dumm ist jetzt noch, es ergibt nämlich 2, wenn n ungerade ist. Wenn n ungerade ist, dann ist ja das hier 1 und das oben hier 2. Deswegen habe ich das gleich so geschickt hingeschrieben. Teilen wir das noch durch 2, das ganze Ding. Dann passiert nämlich das Folgende. Wenn n ungerade ist, nochmal, wenn n ungerade ist, dann ist n plus 1 gerade. Dann ist minus 1 hoch n plus 1 1. 1 plus 1 gleich 2 durch 2 gleich 1. Dann ergibt das Ding hier 1. Wenn n gerade ist, dann steht hier 1 plus minus 1 hoch. n plus 1, okay, n plus 1 ist dann ungerade. Damit ist das hier minus 1. Damit ist der Zähler 0 und der gesamte Bruch auch 0. Jetzt habe ich einen Term entwickelt, mit dem ich das Ding hier ein- und ausschalten kann. Und zwar genau so, wie ich es gerne haben möchte, wenn n gerade und n ungerade ist. Ach komm, den zweiten Teil könnt ihr euch selbst überlegen. Das hier ist nicht derselbe Term. Der muss ja gerade in anderen Situationen an- und ausgehen. Da könnt ihr euch mal ganz einfach überlegen, wie muss dieser Term hier aussehen, damit er 1 wird, wenn n gerade ist und 0 wird, wenn n ungerade ist.